Musik Europe's most dangerous leader hat der New Statesman Angela Merkel unlängst genannt, ihr das Titelbild und im Blatt Inneren avancierte die deutsche Kanzlerin gleich zur gefährlichsten Person der Welt. Welcher Politiker, welche Politikerin stellt die größte Gefahr für globale Stabilität und Wohlstand dar? fragte der Autor der Titelstory und seine Antwort Angela Merkel. Und dann heißt es quasi als Resümee Aufgrund ihres Realitätsverlustes und ihrer Versessenheit auf Austeritätspolitik zerstört Merkel das europäische Projekt. Sie stürzt Deutschlands Nachbarn in Armut und die Welt in eine globale Depression. Man sollte sie stoppen. Naja, ein bisschen ist es natürlich schon dieses branchentypische Spiel mit Superlativen. Gefährlichster Mensch der Welt. Naja, aber haben die Autoren damit alles in allem recht? Ja, natürlich. Und man kann Merkel auch durchaus als die gefährlichste Politikerin der Welt bezeichnen. Nicht, weil sie die einzige ist, die was falsch macht, aber weil aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands es eben besonders fatale Auswirkungen und Konsequenzen hat, wenn Deutschland eine Kanzlerin hat, die alles falsch macht. Ja, letztendlich ist an diesem Urteil nichts übertrieben oder maßlos. Diese Frau ist brandgefährlich. Man sollte sie stoppen. Ja, und mittlerweile weiß das ja auch praktisch jeder in Europa. Und deswegen war sie ja derart isoliert bei dem jüngsten EU-Gipfel. Ach ja, und übrigens ist es Ihnen eigentlich aufgefallen, diese Konservativen und Neoliberalen, die sagen ja immer, man muss diese Spardiktate umsetzen, damit die Märkte wieder Vertrauen fassen. Aber was ist eigentlich genau passiert, als Merkel beim Brüsseler Gipfel zumindest ein bisserl eingeknickt ist vor denen, die ein Ende dieser simplen Austeritätspolitik verlangen? Ja, die Märkte haben mit einem Kursfeuerwerk reagiert. Die Stimmung auf den Märkten war plötzlich wenigstens ein bisserl besser. Die sind womöglich verkappte Linke, diese Märkte, wenn sie sich derart freuen, wenn die konservativen Sparefrohs plötzlich im Eck stehen. Aber so verwunderlich ist das letztlich auch nicht, denn auch auf den Märkten hat man begriffen, hat der Letzte begriffen, dass diese Merkel-Politik alles nur noch viel schlimmer gemacht hat. Aber zurück. Was ist denn so gefährlich an dieser Merkel-Politik? Erstens, sie hat geglaubt mit ein paar pragmatischen Notfallsmaßnahmen, die immer zu wenig waren und zu spät kamen, plus rabiaten Sparen, diese Euro-Krise in den Griff bekommen zu können. Und sie hat dieses Sparen zur Ideologie erhoben, zu einem regelrechten Fiskalsadismus. Und sie hat das moralisiert, da die Fleißigen, da die Unsoliden. Und sie hat damit nicht wenig beigetragen dazu, dass Europa auseinanderdividiert wurde. Das ist es, was man hier zum Vorwurf machen muss. Damit ist natürlich nur gesagt, was falsch gemacht wurde, aber nicht, was richtig wäre. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Was wäre richtig? Lassen Sie uns diese Frage heute mal kurz ruhig und gemessen abwägen, weil wir haben es da ja mit komplexen Dingen zu tun. Und die einfache Antwort und die einfache Lösung, die gibt es ja da nicht. Klar ist heute, dass wir uns jetzt nicht mehr drum herumschwindeln können, dass wir entweder die Fehlkonstruktionen der Eurozone beheben oder die gemeinsame Währung aufgeben müssen. Das ist heute klar, dass ein bisschen herumdoktern helfen könnte. Diese Vorstellung hat sich in den letzten Monaten als falsch herausgestellt. Eindeutig. So, und was soll man also machen? Die Eurozone rückabwickeln? Das ginge. Ja, klar. Aber dann wäre die Europäische Union möglicherweise ganz hin oder zumindest in einer total schweren Krise. Kann man das wirklich wollen? Nein. Und was würde denn ökonomisch daraus folgen? Die Exporte der reichen Euro-Staaten würden zum Beispiel einbrechen. Sie würden in eine schwere Wirtschaftskrise schlittern. Die angeschlagenen Euro-Staaten, sie würden in den Staatsbankrot taumeln. Und ihre Banken würden wahrscheinlich alle zusammenbrechen. Und viele normale Firmen, die sich auf stabile Preise und Kosten verlassen haben, die kämen auch in riesige Schwierigkeiten. Also ökonomisch würden wir in eine lange, tiefe Krise taumeln. Und sowohl die reichen wie auch die schwachen Euro-Länder kämen in wirkliche Schwierigkeiten. Da wird es keinen Gewinner geben. So, da das also offensichtlich keine gute Option ist, gäbe es also eine bessere Option? Ja, natürlich gäbe es die. Und die besteht darin, die Europäische Union und insbesondere die Eurozone funktionstüchtiger zu machen. Dazu sind zunächst einmal zwei Dinge zu sagen. Und das erste ist meiner Meinung nach grundsätzlicher Natur. Wir sollten der Versuchung widerstehen, etwa so zu argumentieren. Wir müssen mehr europäische Integration zusammenkriegen, weil sonst alles den Bach runtergeht. Wir müssen einfach, ganz egal, ob wir das wollen. So quasi, ja, nehmen wir heute Europa mangels Alternativen, jedenfalls mangels guter Alternativen. Ich weiß schon, dass ich manchmal auch so argumentiere. Aber das sollte nicht das Primäre sein. Das Primäre ist ja, dass diese Europäische Union, und das sollte man ja mal sagen, das gerät ja zunehmend in Vergessenheit, dass die so wahnsinnig viele gute Seiten auch hat. Diese Selbstverständlichkeit, dass junge Leute aus Spanien, aus Deutschland, aus Österreich, aus Portugal überall hinziehen können, überall studieren, überall arbeiten können. Dass wir uns natürlich noch primär, oder die meisten von uns noch primär als Österreicher, Polen, Deutsche verstehen, aber dass wir doch auch dieses gemeinsame Europa längst auch leben und beleben. Dass wir die Kleingeistigkeit und die Enge, die immer zum Nationalstaat doch auch dazugehört hat, dass wir die schon auch ein bisschen hinter uns gelassen haben. Dass das alles natürlich nicht immer nur romantisch und wunderschön ist, aber dass das alles in allem doch etwas Tolles ist, was wir mit Herzblut verteidigen sollen, das sollten wir mal immer wieder dazusagen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa, so dass die Europäische Union mal wirklich so funktioniert, wie früher oder heute die Nationalstaaten, sowas wird es so bald nicht geben. Das ist auch klar. Man sollte sich nicht Ziele setzen, die nicht erreichbar sind. Das wird es nicht geben, weil die politischen Kulturen, die Parteien beispielsweise, noch sehr national ausgerichtet sind. Und weil auch die politischen Öffentlichkeiten durch Sprachgrenzen getrennt sind. Also da gibt es große Hürden einfach. Und wenn wir jetzt zu dem kommen, was in den vergangenen Tagen und Wochen immer intensiver diskutiert worden ist in der europäischen Politik, dass wir wirklich diese Fehlkonstruktion der Eurozone angehen müssen. Mit nationaler Kreditaufnahme auf der einen Seite und dann einer europäischen Währung, auf die die Nationalstaaten keinen Einfluss mehr haben. Diese perverse Fehlkonstruktion, was ja die Europa angreifbar gemacht hat. Da ist das, was jetzt beschlossen worden ist und das Ambitioniertere, was jetzt auch schon diskutiert wird, schon richtig, aber immer noch zu wenig. Beispielsweise europäische Bankenaufsicht. Da braucht es dann auch eine wirkliche Europäisierung der Finanzinstitutionen mit europäischer Einlagensicherung und allem, was dazugehört. Und natürlich auch Eurobonds. Und dass der ESM, dieser quasi-europäische Währungsfonds, der jetzt eingeführt wird, der ist im Prinzip auch richtig. Und reden wir offen. Wir sind ja hier unter uns. Wir können hier ja offen reden. Es gab viel Kritik über Mangel an demokratischer Kontrolle, gerade im Hinblick auf diesen ESM. Eine Attackgruppe in Deutschland hat den sogar mit dem hitlerschen Ermächtigungsgesetz verglichen. Das ist natürlich absurd. Aber im Grundsatz ist die Kritik schon richtig, aber auch ein bisschen übertrieben. Weil da wird manchmal zu schnell übersehen. Es gibt auch in der Demokratie Institutionen, die öffentlich sind, also staatlich oder öffentlich-rechtlich, also irgendwie so halbstaatlich, die aber gleichzeitig unabhängig sind. Und damit eben nicht in jedem Moment demokratischer Kontrolle unterliegen. Vom Verfassungsgericht angefangen bis hin zu den Notenbanken. Aber sie sind dennoch eingebunden in das Prinzip demokratischer Kontrolle, weil ihre Mitglieder von demokratisch gewählten Regierungen beschickt werden oder gleich vom Parlament gewählt werden. Und wenn es irgendwann mal dann eine andere Regierung gibt, dann werden irgendwann mal auch andere Leute dort hingeschickt. Und so sind diese oder ähnliche Institutionen eben in das demokratische Verfahren eingebunden. Und so sind wir ja eigentlich ganz gut gefahren bis heute. Also das ist nicht das Problem. Wenn demokratisch gewählte Regierungen das Board bestimmter Institutionen mit Personen beschicken, die dann unabhängig agieren können, dann ist das noch kein Anschlag auf die Demokratie. Das Problem mit der Demokratie in Europa ist meines Erachtens ein anderes. Nämlich, dass immer mehr Ebenen etabliert werden, wo dann einfach so hin delegiert wird und die demokratische Legitimation dann nur mehr sehr vermittelt ist. Die demokratische Legitimation etwa durch nationale Parlamente und dass das europäische Parlament halt zum Beispiel kein Parlament ist, dessen Mehrheit dann eine Regierung oder einen Premierminister oder eine Kanzlerin in Europa wählt. Und deswegen verspüren wir da einen Mangel an demokratischer Legitimation, weil da von Ebene zu Ebene stufenweise demokratisch legitimiert wird, sodass da die Legitimation, die demokratische Legitimation irgendwie im Nirwana entschwindet. Gleichzeitig ist klar, wenn wir Eurobonds einführen und eine europäische Fiskalpolitik und dann so etwas vielleicht wie einen europäischen Finanzminister und anders geht es nicht, da hat Frau Merkel schon recht. Wir können nicht einerseits die Schulden vergemeinschaften, aber das Geld ausgeben weiter de facto der unbeschränkten Hoheit der Nationalstaaten überlassen. Also wenn wir all so etwas einführen, dann braucht es echte demokratische Legitimation und echte demokratische Entscheidung über den europäischen Haushalt, beispielsweise durch das europäische Parlament, aber nicht nur Entscheidung über den Haushalt, sondern auch Entscheidung über die handelnden Personen. Und möglicherweise braucht es dazu noch eine zweite Kammer oder wäre eine gute Idee jedenfalls, die von den nationalen Parlamenten beschickt wird und die eine Rolle spielt so ähnlich wie der amerikanische Senat. All das braucht es, wenn wir uns zu diesem großen Sprung nach vorn durchringen. Und da gibt es auch noch zwei weitere Probleme, die wir nicht ignorieren sollten, wenn wir hier schon offen reden. All das würde es brauchen, um unsere wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu kriegen und nicht, wie dann so Linkspopulisten sagen, für die Banken oder für das Großkapital, sondern damit die Bürger wieder so etwas wie Sicherheit empfinden können. Aber gleichzeitig ist dieses Mehr Europa bei der Mehrzahl der Bürger im Augenblick gar nicht populär. Das ist das große Paradoxon, in dem wir stecken. Aber natürlich nicht zuletzt deshalb, weil niemand oder jedenfalls viel zu wenige dafür mit Werbe werben und umso mehr Leute den Bürgern einreden, dass die Europäische Union total pfui ist. Und das zweite, vielleicht noch größere Problem ist, weil man es nie vollständig wird lösen können, ist, wenn wir all das trotzdem hinbekommen. Dann ist das dann eine Demokratie für 350 Millionen Menschen oder 400 Millionen Menschen. Und das bedeutet auch, dass die Instanzen dieser Demokratie von vielen Bürgern sehr weit weg sein würden und dass sie es mit Politikern zu tun haben werden, deren Sprache sie oft nicht einmal verstehen. Das ist schon mehr als nur ein technisches Problem. Das ist ein Problem, das demokratische Legitimation einer starken Spannung aussetzen wird. Der Punkt ist, kein Mensch sagt, dass es einfach ist. Nur, warum sollten wir es eigentlich nicht hinkriegen? Wenn man es wirklich will, dann kriegt man es auch hin. Und wenn man es wirklich will, dann gewinnt man dafür auch eine Mehrheit der Bürger. Und das ist es, was wir jetzt brauchen. Wohlgemerkt, nichts wird perfekt sein und wir müssen ein paar knifflige Probleme lösen, um dorthin zu kommen. Aber nichts tun ist überhaupt keine Lösung. Und die Europäische Union an die Wand zu fahren, das ist auch keine Lösung oder jedenfalls eine verdammt schlechte Lösung. Wenn man das also jetzt alles abwägt, so wie wir das jetzt gerade getan haben, so unter uns, zu welchem Schluss kommt man dann, dass man sich für all das einsetzen sollte? Klar, man sollte nicht blauägig sein oder naiv tun oder so tun, als wäre das alles einfach. Ist es nicht und es wirft durchaus viele Fragen auf. Aber es ist unter den vielen Möglichkeiten, von denen manche kompliziert und manche gefährlich sind und andere in Sackgassen, führen mit Sicherheit die Beste.